1936, im vierten Jahre nach der Machtergreifung des Führers Adolf Hitler, so die Inschrift der beiden Glocken. Gestiftet vom Bochumer Verein, einem sogenannten Musterbetrieb der Nationalsozialisten, zu dem mehrere Stahlwerke gehörten. Seit 1937 hängen die Glocken hier in der katholischen Kirche in Amöneburg. Markus Vogler ist seit sieben Jahren Pfarrer der Stiftskirche. Zusammen mit der Pfarrgemeinde und dem Bistum hat er 2011 entschieden, die Glocken hängen zu lassen. Also ich persönlich stamme aus einer Generation, die mit dem Krieg ja gar nichts mehr zu tun hat. Und finde es deshalb umso wichtiger, dass wir diese Mahnmale, Mahnstätten haben, die uns daran erinnern, dass das, was damals geschehen ist, nie mehr wieder passieren darf. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir uns von dieser Inschrift distanzieren und es als geschichtliches Mahnmal erhalten wollen. Die Glocken von Amöneburg sind zwei von mindestens 23 NS-Glocken, die sich noch in deutschen Kirchen befinden. Einige bleiben hängen, andere werden stillgelegt oder ersetzt. Im niedersächsischen Schweringen eskalierte die Diskussion. Nachdem öffentlich wurde, dass eine Glocke mit Hakenkreuz in der Kirche hängen bleiben soll, hatten Unbekannte Anfang April die Inschriften abgeflext. Viele Amöneburger halten das aber für den falschen Weg. Ich kann es einerseits verstehen, dass man sich daran stößt, an dem Symbol, das auf den Glocken eingetragen ist. Andererseits würde ich es für überzogen, halt den Glocken abzuhängen. Ob sie jetzt da hängen muss oder nicht, da kann man sich darüber streiten. Aber ich finde nicht, dass man sowas kaputt machen sollte oder zerstören sollte. Also meiner Meinung nach sollte es bleiben, weil es ist ja unsere Vergangenheit. Denn man kann eine Vergangenheit ja nicht einfach wegflexen, das geht ja nicht. Man muss ja auch mal wieder daran erinnert werden, damit sowas nicht nochmal passiert hat. Traditionsglockenbauer Hans-Martin Rinker hat schon viele NS-Glocken gesehen, weiß, wie manche Gemeinden damit umgehen. Es gibt also durchaus Anfragen, wo man eine Glocke bei uns, wo man eine Glocke dann neu gießen lassen will, die alte Glocke trotzdem dort im Kirchturm hängen lässt an diesem Platz. Und mit einem Schild, besonders wichtig für die Kinder, für die Jugendlichen, dann hinweist, warum die alte Glocke dort hängen geblieben ist. Diese aber völlig aus dem tatsächlich religiösen Gebrauch als liturgisches Instrument zum Gottesdienst zu rufen, dann herausnimmt. Die Stadt Amöneburg hat sich bisher nicht politisch mit den Glocken beschäftigt. Bürgermeister Michael Plettenberg kann aber nachvollziehen, warum sie bleiben sollen. Wenn wir mal schauen, dass wir in Deutschland viele Nazi-Bauwerke haben, wo heute Behörden oder Dinge drin sind, man muss Begegnungen mit der Geschichte auch zulassen. Also läuten die Glocken in Amöneburg weiter. Mit einer Tafel distanziert sich die Kirche von rechtem Gedankengut. Und die alten Glocken sollen als Mahnmal erhalten bleiben.